Das klappert aber nicht mehr. Mh. Ach man kann winken. Du da, genau du. Mann. Du kotzt mich echt total an. Ich muss mir das versetzen. Wie oft wurde mein System gelöscht? 41, 42, 43. Wähle eine Waffe. Er hat ewig die hohe Feuerrate. Das Hiefgewehr, halbautomatisches. Hey, mega die Schlagkraft, ne? Ich nehme meinen Impuls-Dreitakt. Also salbe. Halbautomatisches Einschuss. Hm. Ich nehme meinen Maß voll aus. Ich glaube das Visier angepasst werden muss. Was ist das? Wow. Okay, nicht schlecht. Etwas verspielt. Ich melde dich beim Schiff. Ich weiß sie. Hier drin, oder wie? Hier. 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 Einmal. Hätte ja klappen können. Ich glaube der Dungeon-Demon da, oder Dun... Ne. Demonic Dragon. Ich muss gerade genau denselbe Rotz machen wie ich. genau was du brauchst genauer brauchst ja okay das habe ich jetzt so und was jetzt kannst du es geborgen und zurückgebracht vielen dank zentralen vorhut quartierwart oder was sind das für waffen du bist in der waffenkammer jederzeit willkommen mit turm fertig bist drücke zum orbit ok ruft den navigator auf nächstes ziel und stingsen alt russland erde die kluft das haben anscheinend gemacht alter hatte kann man ja alles zusammen zocken sich ja ganz vergessen prämien ep bonus ich soll es dann dahin laufen muss ich erst mal das mann starten nur noch so wenig übrig hier draußen die gefallenen plündern alles leer wir hatten glück dass wir überhaupt ein schiff gefunden haben ohne schiff kann kein hüter die stadt schützen aber wenn wir die erde verlassen wollen braucht es einen mob antrieb und nur in diesem kosmodrom besteht die chance dass wir noch einen finden wir haben die gefallenen schon einmal überlebt das schaffen wir wieder also unser schiff so nicht ganz ein stadt eigentlich einsatzbereit verlassen der erzeugen zu meinen hüter schwarzen geholfen wenn es die geführende nicht haben können noch keine übrig sein die wir benutzen können nach der laufgabe zu sehen rein reviert das war alles ja war das ein feind ach ich lasse jetzt erst ah da ja ok ist mir da immer noch bereit ja geist einsetzen die bordelektronik ist komplett hinüber aber ich kann die letzten übertragungen rausholen sie können hier einen alten info hub wieder herstellen unten in den tunnel das sollten wir uns ansehen Was ist das? Irgendwas. Was haben die denn begrennt? Was haben die denn begrennt gewaffen, ey? Oh shit! Ich laufe voll rein, ich vollidiot. Also die Vandalen mit ihren 4 Armen, die sehen schon 5. Hau ab von hier. Spatz! Was ist hier unten? Vielleicht ist hier irgendwo loopt. Oh man kann sogar rutschen. Na komm. Wer ist der Typ hin? Eine Karte des gesamten Gebiets. Nee, Jotte. Du? Genau du bist tot. Da ist ne... Da ist ne... Da ist ne Karte. Genau da. Wir brauchen unbedingt einen Warpantrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Frontort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. ... 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